Warnung! Die von uns gezeichneten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstören wirken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind hier an der Burg, wie du sicherlich weißt, und wir würden gerne den Kontakt der Anderswelt haben. Kannst du uns dazu etwas sagen? In Ordnung. In Ordnung kam der. Vielen Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin hier. Wer bist du denn? Es gab mehrere Besitzer dieser Burg. Ich kann schon schlecht deinen Namen sagen. Gebaut wurde hier zum Beispiel ungefähr im 13. Jahrhundert. Ist das richtig? Ich glaube das ist nicht deutlich akustisch verstanden. Vielleicht ist der Graf vom Hüscher heute noch anlesend. Der Boa. Hier. Ja. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Hat lustig mit uns zu unterhalten. Ich kann auch mal die andere Spiritbox dran machen. Was? Vielleicht kommt da besser. Ja komm ey. Lass uns wenigstens das Video machen. Hier. Ist einer hier. Eine Präsenz. Eine Präsenz. Also da war eben doch die SP Spiritbox doch besser. Hier kommt jetzt gar nichts. Ist ja nicht schlimm. Ich kann ja nochmal tauschen. Wollen wir die nochmal? Kammdreck. Ist du gut? Wer wird? Ähm. Was hast du denn? Hast du einen Namen? Das heißt zum Beispiel größer. Wie ist dein Name? Kannst du uns deinen Namen sagen? Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Mann! Okay. Wir können. das war ja jetzt nur ein test dieses neue gerät das wollen wir jetzt mal ein paar mal ausprobieren was wir hier gebaut haben wir können jetzt eben die alte das alte gerät wieder aufbauen und vielleicht kommen daher ein bisschen besser also wie gesagt wir testen das ja gerade nur ein bisschen aus mal hier und da und dann gucken wir mal ob vielleicht dieses neue sachen bringt die wir vorher noch nicht hatten man muss ja immer mal ein paar neue geräte und so ausprobieren und mal gucken vielleicht geht es besser vielleicht nicht muss man halt mal ein bisschen ausprobieren und wir bauen jetzt eben das alte radio wieder auf und kommen gleich ist ein paar jugendliche ist ja nicht schlimm ist eine präsenz hier gerade schon kommuniziert ich glaube jetzt ein bisschen deutlicher wenn du jetzt gerade hier bist ist hier ein bewohner der burg gucken wir dann gucken wir dann was gucken wir denn zum beispiel ein graf oder der erzbischof schließlich ist was ist denn schließlich wie es ja noch mal der graf ist der graf von hüchrad ist der gerade hier mit uns oder könntet ihr ihn aus europa holen jetzt geht das ohne ende ja heute was ist denn heute willst du uns etwas sagen zu der heutigen Zeit? Wie hat es sich denn geliebt? Wie hat es sich denn damals gelebt auf der Burg? Vor allem im 13. Jahrhundern. Kannst du uns dazu was sagen? Damals? Auf ihren Weg heute sehr ernst? Spektakulär? Okay. Hattest du den große Besitztümer? Als Graf. Ich nehme mal nur das viele Land und Besitz. Was? Wassersparpro... Handy ihrer... Du erstrahlst. Warum wurde denn die Burg 8 Jahre später verkauft? Und 8000 Gold Schilde. Hattet ihr Geldnot? Hattet ihr Geldnot? Für die Landstraße. Kannst du uns etwas sagen zu diesem Ort? Nun an. Konkret... Bist du denn noch hier mit uns? Das können wir ja einfach mal zum Beispiel schon mal das Dings aufbauen. Den Rampot. Und du kannst auch darüber kommunizieren mit uns. Was sieht denn schon wieder aus hier? Wenn du den hier berührst... Dann geht es noch einen Ton wie jetzt. Das war ich jetzt. Aber wenn du das Gerät berührst... Hören wir einen Ton. Das macht dir nichts. Du musst keine Angst davor haben. Wir haben hier noch das K2 Meter. Das... Wird dir auch nichts tun. Wenn du das berührst... Leuchten die Lampen. Und du kannst darüber auch mit uns kommunizieren. Wenn du es zum Beispiel berührst... Kannst du damit ja sagen? Und wenn du loslässt, sagst du nein. Stammst du aus dem 13. Jahrhundert? Hast du auf dieser Burg gelebt? Kannst du uns etwas sagen zu dieser Burg? Ups. Ich versuche das gerade auch mal hinzustellen. Dass man das noch sieht. Präsenz. Okay, wir haben auch gerade Präsenz auf einem anderen Gerät. Seine Präsenz gerade hier. Okay. Dann hast du auch kurz gepiept. Der Fremdkopf. Immer tapfer. Immer tapfer. So der Kriegszeit. Weil damals befand sich die Burg mit dem Gemo leider auch im Krieg. Was ist so tapfer im Krieg? Ups. Gänsehaut. Immer tapfer. Also hast du die Burg verteidigt. Mit verteidigt. Anscheinend. Gemauert? Die wurde ja noch restauriert. Also die wird ja noch in den Stand gehalten. Hier stehen auch noch Teile der Mauer. Von der Burg. Und das auch. Kannst du uns dazu etwas sagen? Oh, der hat mitgerollt. Okay. Oh, schön. Jetzt haben wir endlich mal wieder Kontakt. Eine Familie. Eine Familie. Wann eine Familie mit auf der Burg? Schwaches Signal. Dokumenten. 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 Das ist nicht verstanden. Was wolltest du uns sagen mit der letzten Botschaft? Schon wieder weg, oder? Oder eben schon schwach. Schwaches Signal. Wir haben auch heute einen Pendel mitgenommen. Wir können auch mal pendeln. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Vielleicht wird sich da auch neue Ergebnisse geben. Was soll wahrscheinlich hier auflegen? Es ist ja hier. Nö. Also hier. Ich kann mal was sehen. Man sagt ja der Arm, der soll ja... Ne? Also ich kann das auch mal von vorne zeigen. Ja. Nein. Ich versuche gerade mal. Damit ich ungefähr sehen kann, wie das auch aussieht. Also diese üblichen Ja, Nein und Vielleicht Antworten. Das ist der Graf hier. Also du musst die Frage was kann ich stellen, oder? Ist der Graf, oder beziehungsweise der ehemalige Graf dieser Burg anwesend? Oh, wer das ist? In welche Richtung das sich pendelt, oder was? Mhm. Das sieht nach jetzt aus, oder? Ja. Ist schwach. Ähm. Ich würde mal noch fragen. Es kostet dich Kraft, mit uns zu kommunizieren. Das sieht Nano aus, oder? Nein. Er dreht im Kreis. Ich würde sagen nein. Okay. Ähm. War deine Familie hier auf der Burg? Ich weiß nicht. Du musst eigentlich mal die Fragen stellen, aber... Hast du gemeinsam, hast du gemeinsam mit deiner Familie auf dieser Burg gelebt? Yes. Okay. Hattet ihr Kinder? Was ist das? Ungewiss, oder was? Okay. Eine merkwürdige Familiengeschichte, hm? Kann ja sein, auch unehelich, oder so. Unehelich, genau, oder so. Ich weiß ja nicht, weil früher im Mittelalter gab es ja schon mal sowas. Nehmen wir nix ein. Warst du im Krieg mit einem der Nachbarschaften? Gar nix? Ich weiß nicht, ob du das nicht fragen musst. Hast du dich damals im Krieg befunden? Das ist bestimmt derselbe Funk, der eben auf dem Tablet kurz war, ne? Würde das jetzt wieder bestätigen? Ich habe extra meinen Arm abgestürzt. Ist dein Geist jetzt hier? Aha. Redford meldet Rückmeldung. Möchtest du gerne mit uns kommunizieren? Warte, das kam ruhig zum Königreich Preußen. Kannst du uns etwas über den Preußischen Krieg sagen? Kannst du auch gerne eines dieser Geräte hier berühren, wenn du willst. Siebenjähriger Krieg. Du bist hier der Brain, Mann. Die ist halt quasi kaputt gegangen, bis auf diesen Rundturm, aufgrund des Siebenjährigen Krieges. Kannst du uns etwas zu dem Siebenjährigen Krieg sagen? Du bist auch, wie gesagt, eingeladen auf diese Geräte hier zu berühren. Jederzeit. Wenn du magst. Da ist sehr wenig Rückmeldungen hier. Ist entweder weil das schon so alt ist, durch die Geschichte, dass kaum mehr Rückmeldungen sind, oder es sehr schwer für uns zu empfangen ist. Also da hatten wir schon besser woanders. Auch hier, ein Tablet ist auch so gut wie kaum. Na, ist kaum. Da ist kaum was. Na gut, man kann halt nicht immer. Das ist halt, wenn wir immer wieder vollen Ausschlag auf allen Geräten hätten, wäre auch komisch. Das kann halt nicht immer funktionieren. Und vielleicht sieht man daran, wenn es auch mal nicht funktioniert, werden wir auch viele Leute sagen, ihr habt immer irgendwas drauf. Wir haben nicht immer was auf den Geräten. So wie jetzt halt. Geräte anschmeißen, abwarten was passiert und ist halt wenig. Andere Location kann wieder total der Burner irgendwie sein. Aber da weiß ich nicht. Alles mögliche wieder haben. Das Signal generell ist total schwach. Aber mit dem Pendeln fand ich schon interessant. Ihr könnt ja mal gerne schreiben. Altes oder Autos? Altes. Altes. Altes was? Als wenn die nicht genug Power haben. Ich weiß nicht. Die wollen aber... Als wenn die nicht richtig durchkommen würden. Ob das aufgrund der Jahre halt irgendwie liegt oder so, wie du sagst. Ich meine 700 Jahre. Aber ich glaube nicht, dass da mit der Zeit irgendwie wieder zum Glück. Und... Salzsam. Bist du denn noch da? So einsam. So einsam. Bist du also quasi alleine hier? Also gibt es keine anderen Seelen verstorbenen Kopfschmerzen? Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Geht es dir nicht gut? Ich will es gleich wieder Kopfschmerzen kriegen. Dann ist... Kontamination. 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 Das ist aber kein Alltagebegriff. Hast du eine Seuche? Oder waren hier irgendwelche Verseuchten? Vielleicht von der Pest? Sie hören kann? Ja. Sie hören kann. Ne, vorhin kamen doch Autos. So einsam. Kopfschmerzen. Kontamination. Und sie hören kann. Also du kannst uns hören. Kannst du uns auch sehen? Wir sind jetzt extra hergekommen, um dich zu besuchen. Zelle kam da jetzt aber. Buchstaben Zelle? Wo hast du vielleicht hier eingesperrt in der Burg? Also wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr im Internet auch recherchieren. Man kann das Ding auch begehen. Aber leider nur so. So selten. Okay. Hast du eingesperrt in der Zelle noch so selten. Ja. Also war er. Hab uns so hinter getan. Warst du vielleicht ein Verbrecher, warum gar nicht der Graf? Vielleicht hast du dich ausgegeben als Graf? Wer genau bist du? Ja, ich würde sagen, wir sparen die Batterien noch von den Geräten und fahren nochmal eine andere Solo-Location an. Weil uns ist ja leider alles leer und der Film ist voll. Ich werde mich mal auf! Asseine verabschieden. Aber ich würde mich halt auf! Und dann würde es auf! Hier ist es... ... auf! Untertitelung des ZDF, 2020